hallo meine lieben schlingel und leute und aliens und leute und alexa ist auch am start so viel dazu und heute werden wir eine weitere abgestürzt da ist die krisis planeten gegeben hat einfach abgestürzt da ich alle in der reine einfach rausgefetzt habe ich habe so wisse gegen die haute sind die inneren einfach hinten raus geschossen so hat es ausgesehen das sind 15.000 rangkarten rausgefallen und auf jeden fall wir werden jetzt die reaktion machen und die sowas von cringe wird hoffentlich und warum haue ich gegen diesen tisch dieses handy habe ich auch schon kaputt gehauen letzte reaktion die war sehr cringe und wie ihr seht ist das handy einfach nur muh aber wenigstens ist es endlich ja das war's gotta do ist ja wurscht auf jeden fall leute ja wir werden jetzt eine wunderbare welche machen die sowas von laut wird da der liebe jojo dieses video so laut geschnitten hat dass dir die ohren abfallen wenn du dieses dieses video schaust ok also haltet eure ohren fest sonst sind die schneller weg ihr schauen könnt ok also so oder setzt euch einfach kopf darauf aber dann müsst ihr nicht so leise drehen weil sonst stirbt ihr einfach ihr rekt ab ich schwör es euch ok passt und das war jetzt genug und jetzt geht die reaktion los auch ich habe einen riesigen fehler gemacht sehe ich gerade was ist denn hier los das ist illegal das ist illegal ein paar Stunden besser ja schenkt ihm doch ein paar Abonnenten er hat erst acht der 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 Link zum ich kann kein Deutsch noch der Link zu diesem wunderbaren Kanal ist in der wunderbaren Videobeschreibung wo schon viel zu viel Müll drinnen steckt und wo wir viel zu viel Müll reingeschrieben haben danke Herr Daniel Cutter ja ich werde es gemacht der hat da 10.000 Wörter reingeschrieben obwohl man nur 2.000 reinschreiben kann ok illegal ist das hier aber wenn ihr euch ein Video von uns anschaut und ihr wollt irgendeinen Link aus der Videobeschreibung rausfinden wir müssen erstmal 10 Stunden runterscrollen das ist so sad immer wenn ich Musik aus suche und den NCS hat das in die Beschreibung beschreiben muss dann habe ich immer Angst dass wir die Zeichen ausgehen das ist komisch ja auf jeden Fall wir werden jetzt diese Infektion machen und ich hoffe sie wird cringed genug und unterbricht mich nicht ah da gibt es ja einen Meme von mir den wir vorher aufgenommen haben und sag recht wenn ich nicht ja den werdet ihr jetzt in jedem Video sehen einmal mindestens Meme das Meme das Meme das Meme das Meme vielleicht 10 mal Intervalle weil der ist zu gell ah ja und dieses Video werde nur so zuvor waren um eine kurze Meme Compilation kann man schon sagen ein bisschen viel memes werden wir ranhauen ja Cringe Moments ah jetzt starten wir das Ding aber die fällt gerade auf dass das wirklich laut ist ich fasse immer her das war mal wieder mega Cringe und wie schon gesagt diese Reaktion auch mein Handy und wie schon gesagt diese Reaktion mehr Cringe Kopfhörer auf und rein in das Gemetzel 3, 2, 1 Lautstärke 4, 2 ah dieser Blick von ihm vorher das war so er hat sich so gefreut darauf also, wirklich, wenn man da ein bisschen zurück ist Ja, gleich kann ich ihn anschütten mit eiskaltem Wasser bei 70 Grad pro Herbst, mit Eiswürfel drin, ja, und ich, ja, gif mit der Ratlnattlnattlnattlnattln, und bei diesem, beim Dosenhofen Video, wie ich so halloide und das war eine Legende. dieses video hat jetzt eigentlich schon 300 aufrufe 293 ja auf jeden fall wir werden jetzt weiter wie kann man sich so viel versprechen falls sie noch kein abonnenten diese qualität diese qualität ja manchmal kommt das sogar Da ist trotzdem so braune Klumpelklinge genommen. Oh, ich bin schon wieder zu Ende. Was für ein Glück. Nein, nicht was. Und was ist das noch mal an? So viel zu dem. Ja, dass... Manchmal kommt das sogar um Kacke. Gut, obwohl ich nicht so braune Klumpelklinge genommen habe. Dieses Video haben wir halt so vor, ich glaube, einem Dreiviertel... nein, einem Jahr. Eineinhalb Jahre gemacht. Und haben es vor... Doch, ist er. Das haben wir noch vorproduziert. Das ist das erste Video, das vor einem Mal auszufüllen. Naja, aber wann war das das Video? Vor einem Dreivierteljahr circa. Und wir haben es vor einem halben Jahr hochgestellt. Also wir haben ein Vierteljahr gewartet, bis wir dieses super Video eingestellt haben. Und da haben wir schon unser super Mikrofon gehabt und unsere super Ausstattung. Und auf einmal waren alle Videos so qualitativ hochwertig. Und auf einmal kommt das so ein Video und... Und ein paar Mal haben wir noch ein Video ausprobieren. Und da kommt Kacke raus. ich hoffe es hat sich gefallen hat so toll so toll dank dass wir video material haben jetzt müssen wir uns selber keine gedanken über diesen blödsinn aus ja und ich will euch noch zeigen schon schuldig das ist ja er sagt er abend auf jeden Fall schuldig sein das hat er aber was hat er denn so war ich glaube der hat er da gemacht ja der hat er so am Handy gesichert ist ja aber ja Zufall ich denke nicht und jetzt jetzt mache ich macht mein Cutter mein sexy Cutter mein sexy Cutter wird jetzt dieses super Video schneiden und dann werden wir mal weiterziehen das ist ein Topper von ihm und dann es macht Spaß ja vorher ist mir das Handy zurück jetzt sind wir heruntergefallen warum mache ich die Aufnahme denn ich mache es doch zu Ende ich will nur geschwind die 10 Minuten schaffen Tschöme du bis zum nächsten Mal т Untertitelung des ZDF, 2020